Hallo und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Heute mal zuerst mal. Die Folge wird ein bisschen kürzer, mir brummt der Schädel. Eigentlich wollte ich heute eine kleine Aufnahmesession machen, nicht mehr so lang wie letztes Mal. Aber, ähm, nein, mache ich ein anderes Mal. Mache ich morgen. Morgen ist auch schön. Und ich habe mir gedacht, jetzt, nachdem so die erste Aufnahmesession rum ist, die ersten sieben Folgen, und die Stadt sich doch recht gut entwickelt, mache ich mal hier die Namensvorschläge, die ich bisher habe. Das sind vier Stück, nicht so viel, aber das ist mir besser vier Stück als gar keiner, sozusagen. Go nuts, donuts. Ähm, ja, ich würde sagen. Ne, und was ich noch sagen wollte, ich habe mal mitgestoppt den Ladebildschirm. Äh, den Spielstand zu laden, hat ganze drei Minuten gedauert. Weil irgendjemand auf die Idee gekommen ist, noch mehr Mods runterzuladen, die wir allerdings noch nicht sehen können. Beziehungsweise, ich glaube, ich habe kein Blasenschimmer, was ich gezeigt habe, um was nicht. Ach, der liebe Kurzi muss mal von dem Steam-Workshop wegbleiben. Das ist ja ungeheuerlich, was er da alles findet und dann runterlädt. Auf jeden Fall, die Autobahn, die entwickelt sich recht gut. Und haben wir eigentlich zugeteilt, haben wir nicht. Aber es entwickelt sich noch schön. Ähm, der liebe Jopa meinte auch, ich würde die Kurzform nennen, weil die Langform mir zu lang ist und zu kompliziert. Sei nicht böse, aber ich kann mir deinen Namen nicht merken. Ähm, hat auch gemeint, warum ich die Autobahn hier in der Mitte der Halbinsel habe und nicht hier am äußeren Rand. Ob jetzt hier oder hier, ist mir jetzt relativ egal. Im Grunde läuft das so ab. Hier haben wir dann eine recht kurze Verbindung zu dem rechten Stadtteil, zu dem linken Stadtteil. Und können dadurch auch die Strecken wesentlich minimieren. Obwohl das da immer noch ein bisschen seltsam ausschaut, aber was soll's. Und ich finde so eine kleine erhöhte Autobahn so mitten in der Stadt auch immer ganz nett. Wir wohnen ja nicht in der Stadt, also soll uns das relativ egal sein. So, zuerst einmal, ich gehe durch. Wir haben, und was ich auch noch ausprobiert habe, mit meinem Viertelzufüg Zeugs, also dass hier jeder, quasi jede Allee, ein Viertel abgrenzt, das funktioniert so ganz gut. Das einzige hier erkennt man dann gar nichts mehr in der Übersicht. Und ich frage mich auch, was ist das? Freizeit. Das Freizeit-Symbol ist mir neu. Hm. Habe ich was übersehen, oder? Wie auch immer. Äh, die haben wir. Okay. Ja, ich habe keine blasse Schubber, was ich gerade sagen wollte. Kann man irgendwie diese Stadtnamen oder diese Viertelnamen ausblenden lassen? Das würde mich interessieren. Ich habe da nämlich bisher keine Möglichkeit gefunden. Darum würde ich sagen, machen wir einfach mal, vorerst mal zwei. Zwei Viertel, nämlich hier das rechtsautobahnische und hier das linksautobahnische Viertel. Ähm, wie machen wir das am besten? Machen wir es einfach so. Zack. Ups. Zack. Ziehen das Ganze hier noch nach oben. Und haben gleich die nächste Errungenschaft freigeschalten können. Eine U-Bahn bauen. Noch ein paar einzigartige Gebäude. Müllverbrennungsanlagen und das ganze dicht besiedelte, äh, genau das. Und dann schauen wir mal, was uns alles Schönes erwartet. Hier mache ich jetzt mal folgendes. Weil es so wesentlich einfacher geht. Zack. Und das ganze Feintuning mache ich dann privat off-camera. Weil das dann doch ein bisschen, bisschen langweilig ist. Ähm, das war gerade blöd. Ich wollte ja eigentlich zuerst die äußeren Markierungen machen. Also hier. Und dann hier auf der Autobahn entlang. So. Und dann dieser Bereich hier dazwischen. Das werden wir dann einfach mal zu einem Bahnhofsbereich machen. Nein, das war jetzt blöd. Und dann mal schauen, was uns Schönes erwarten tut, sobald wir auch einen Hauptbahnhof gebaut haben. Ja, ich werde einen Hauptbahnhof bauen. Nämlich auch eine Motte runtergeladen, mit der man einen, äh, Hauptbahnhof, so stückchenweise, zusammensetzen kann. Auf jeden Fall, unseren ersten Bereich, den nennen wir selbstverständlich. Hier nennen wir Brexchen Heiz. So. Brexchen Heiz vom lieben Brabrax. So bestätigen. Und du bist verewigt für alle Ewigkeit. Brexchen Heiz. Oder Brexchen Heiz, je nachdem. Aber Brexchen Heiz. Brexchen Heiz klingt besser. So. Als nächstes hätte ich den lieben Fankman. Aber. Die hebe ich zum Schluss auf. Aber aus einem ganz bestimmten Grund. Aber mal schauen. Als nächstes haben wir Aquador. Mit einem Schwimmbad oder ähnlichem. Die Frage ist, wo haben wir denn ein Schwimmbad oder ähnliches. Wenn ich mich nicht irre, dann hatten wir hier irgendwo. Das wird auch immer länger hier die Liste. Das ist ja schon fast unmenschlich. Man hätte das eigentlich auch anders lösen können mit einem. Also nicht wo man links und rechts scrollen kann, sondern mit einer Liste mit Details. Und auch mit einer Sortierungsfunktion, weil das ist mittlerweile schon etwas dämlich. Aber. Das ist falsch. Hm. Walking Carb Park. Walking Carb Park. Suburban Pool and Picnic. Genau das wollte ich. Dich werde ich nämlich hier rüber setzen. Und dann haben wir hier so ein kleines Pool mäßig Zeugs. Kannst dir hier die Treppen hochgehen. Kannst dir ein bisschen rumplanschen. Auf vier verschiedenen Ebenen. Kannst dich auf die Sonne legen. Kannst auch grillen. Da. Aber solche typisch amerikanischen Grills. Keine Ahnung, warum man die mag. Ich mag lieber so einen kleinen. Auf jeden Fall. Dich werde ich umbenennen in Aquador. Dann ist das unser Schwimmbad. Das Aquador. Das habe ich bestätigt. Ich habe bestätigt. Dann bist du hier auch verewigt. Lieber Aquador. So. Als nächstes haben wir Jopa. Wieder unseren Jopa. Jopa. Ganz ehrlich. Ich möchte nicht einmal versuchen, deinen Namen auszusprechen. Weil ich weiß, dass ich den sowieso bloß falsch aussprechen werde. Unser Ölpark hier sieht auch ein bisschen bescheiden aus momentan. Aber das wird sich noch ändern. Und der Ölpark, der wird auch nicht mehr Ölpark heißen, sondern Schwarzwasser. Habe ich es richtig geschrieben? Ja. Ich bestätige. Und auch der liebe Jopa hat hier eine. Ein kleines Viertel. Ein kleines Viertel. Wie auch immer. Das momentan noch nicht so sonderlich aussch... Äh... Ich habe gesagt, mir tut der Schädel weh. Ich kann mich generell nie konzentrieren. Aber jetzt noch weniger. Auf jeden Fall Schwarzwasser haben wir hier auch. Und jetzt als letztes den Herrn Brax hatten wir schon. Den Herrn Fankman. Und jetzt werde ich mal hier einen Sim heraussuchen. Fankman. Was passt denn zu dir? Hm. Ich werde hier mal... Äh, das war falsch. Das war auch falsch. Pausieren. Hm. Hier stehen ein paar Leute rum. Wer ist denn der liebe Fankman? Das sieht seltsam aus. Fankman. Wo bist du? Hm, 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 hm. Ist Fankman... Bist du das? Nein. Das ist nicht Fankman. Bist du das, Fankman? Hallo? Äh... Fankman? Nein. Auch nicht. Fankman? Auch nicht. Das hier sieht Fankmanisch aus. Eigentlich ja nicht, aber... Huch! Ich habe aus dem Spiel rausgeklickt. Oh mein Gott. Ich frage mich, wie ich das gemacht habe. Huch! Ich bin gar nicht im Vollbildmodus. Warum bin ich nicht im Vollbildmodus? Hm. Das soll mir jetzt mal einer erklären. Auf jeden Fall haben wir hier... Howard Blake ist nicht mehr Howard Blake, Fankman, sondern Fankman und den lieben Fankman. Jetzt werden wir mal schauen, was er den ganzen lieben langen Tag Schönes macht. Beziehungsweise erstmal sollte ich hier... Nicht so schnell, Fankman. Ah, ja. An der Ampel kannst du stehen. Okay, dann schauen wir mal. Er läuft hier. Ah. Hier ist dieser komische Turm, den ich gebaut habe. Da ist sogar einer drauf. Okay. Interessant. Huch! Was genau? Okay. Arbeiter bei Pumpen ist unser Geschäft. Auf Besuch Lookout Tower. Ach, da kann man raufkletten. Dann. Okay. Sehr interessant. So, könntest du dich mal bitte wieder bewegen, Fankman? Ja, ich weiß. Hallo. Wo ist er jetzt hin? Da ist er. Oh. Keine Ahnung, was du Schönes machst, aber... Wir laufen auf den Turm. Und haben hier von hier oben... Eine super Aussicht eigentlich. Wenn ich ja dieser... Und jetzt hör auf, da rumzuwählen. Ja, hallo. Hallo, hallo. Ich bin schon wieder außerhalb des... Bereichs. Ich hoffe, die Aufnahme geht nicht flöten. Was genau machst du da, Fankman? Was genau? Ich finde das ein bisschen spooky, was hier passiert. Aber okay. Auf jeden Fall, die Aussicht ist schon schön von hier oben. Da hinten sieht man noch die Autobahnbrücke. Hier noch ein paar Stromleitungen. Stromleitungen. Ja, ähm... Wo auch immer du... Ähm... Ja, genau. Mach ein Foto. Mach... Fankman. Fankman. Wo bist du? Also, die ist suizidal gefährdet. Schaut die mal an. Schaut die mal an, wo die... Wo die ist. Ich kann sie gerade nicht so fixieren. Aber Fankman haut wieder ab. Also, hinterher. So. Wir laufen den selben Weg nochmal zurück. Nein, doch nicht. Entschuldigung. Aha, eine schöne Wohngegend. Wuff, wuff. Geht nach Hause. Okay, wo wohnt Fankman? Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf, lauf. Grüß Gott. Ah, Herr Schulz. Ah, Piro, hallo. Äh... Ja. Du hast aber einen ganz schön langen Nachhauseweg. Ah. Da bist du also zu Hause, lieber Fankman. Okay. Dann werden wir hier mal umbenennen die angenehme Residenz in die Fankman-Residenz. Und dann würde ich sagen, das war es auch schon für die heutige Folge von City Skylines. Ich weiß, es war nicht so sonderlich lange. Mein Schädel brummt und meine rechte Schulter tut weh. Ich weiß nicht warum. Aber ich habe mal vorerst die Sachen gemacht, die ich machen wollte. Oder die ihr machen oder die ihr habt machen lassen wollen. Und das mit dem Sifforum.de, dass wir hier irgendeine Shopping-Meile oder sowas danach benennen. Das machen wir dann hier drüben, sobald wir ein großes Viertel, ein dicht besiedeltes Viertel haben. Und ich würde sagen, das war es für die heutige Folge von City Skylines. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wie immer gilt grüßlich, euer Mr. Kruzi. Das war es für die Folge von City Skylines.